Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Flüstern in den Winden auf der Hauptseite, anzunehmen bei Erzmagier Khadgar, auf Duvotav an dieser Position bzw. in Duvotav, je nach dem. Vor Quest war Expeditionskoordination. Nehme ich hier die Quest gleich mal an. Nun darf man hier eine Sprechblase anklicken. Normalerweise sollte auf dem Live-Server hier ein Video abgespielt werden, in der Beta ist es aber nicht implementiert. Deshalb hier kann ich zwar abwechern, aber es war nichts. Wenn das Video vorbei ist, ist die Quest abzugeben bei Ebisjan in Duvotav, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.